Naja, passt jetzt. Bin zufrieden, dass ich überhaupt das gemacht habe. Vielen Dank dir. Nach einer Weile hat man ein Auge dafür. Also du meinst, ich habe nie ein Auge dafür. Gut. Die musst du füttern und dafür brauchst du vorher Pflanzen. Hey, sind schon 105 Tage vergangen, seit ich das letzte Mal hier war. WTF? Äh, glaube ich nicht. Aber alles kacken. Bei welchem Tag warst du das letzte Mal da? Servus, grüßt und hallo, oida. Wie geht's dir, mein Freund? Ähm, muss ich die gießen? Katsu? Das ist vor allem gemeint beim Baum nicht, aber die muss ich gießen, ne? Aber ich muss sagen, das mit dem Blatt hat sich schon beschissen gemacht, alles so eng hier. Ne, bei Tag 1 warst du nicht da. Kannst, du musst, du aber nicht. Verlänger sich die Zeit dann, also neun Stunden sind es jetzt, beim Baum. Und bei dem anderen, was sind denn die kleinen Samen da? Das sind 55 Minuten. Ist die Zeit dann gringer? Die ist dann gringere Zeit, die ist zum Wachsen. Ja, okay. Da dachte ich mir ja, klar. Ist ja logisch eigentlich. Gut, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt wollte ich zum Auktionshaus, so wir schauen wegen Mampfen. Erstmal schauen, oder mal zum, na? Ach, ich kann ja hochlatschen. Der Typ ist ja, glaube ich, da unten, ne? Genau. Also, dann muss ich zum Schnauze. Äh, Verbrauchsgüter, na, da gab es, glaube ich, vorhin gar nichts. Doch, hier. Gags, ich pack's leider, aber morgen habe ich viel Zeit und schau vielleicht mal während der Schule rein. Alles klar, während der Schule ist immer lustig. Dann, viel Spaß, was auch immer, du machst mit Han und dann nachher schlafstunden und träumst du süß. Bis dann, to gay. Brofist. Also, ich hatte hier etwas mit Gesundheit 180 und Mana 146. 146, Gesundheit. 173. Aber schon teuer, 37 Gold, lass mich verarschen. Ich bin aber auch raus, muss 35 aufstehen. Oh, alles klar, dann. Schlaf schön, träum süß. Bis um 35 dann. Bis später, lass dich vom Spinner zu stressen. Ja, tue ich, tue ich automatisch, weil es wirklich so viel ist. Ich probiere es, ruhig zu bleiben. Aber je müder ich werde, desto unruhiger werde ich. Ich verstehe nur werden. Genau, hatte ich hier Gemüsesuppe. Zehn Stück, 180 Gesundheit, oh Gott. Aber 13 Gold für 20, boah, einfaches Sandwich, lecker. Jo, Gruß zurück dann. Bis dann, viel Spaß euch. Schiffs-Fieback. 40 Gesundheit. Meins hat gebracht, 180 Gesundheit. Hat aber auch nicht viel gebracht. Vollkornbrot, 120, 180. Schauen wir mal, was Sandwich zum billigsten ist. Einfaches Sandwich. 50 Gold für 90 Stück. Genau, so schaue ich aus. 20 Gold für 13, ja. Ist ja blöd, ist ja krass, ist ja hart, hey. Boah. 250, ich hatte 180. Meins heißt, Gemüsebrot für Abenteurer. Gibt es auch. 250, was ist denn das nächstgrößte, ist das nicht schwächere dann. Gemüsesuppe, 146. Gefährtenhäppchen, besonders liebevolle Besitzer, teilen alles mit ihrem tierischen Gefährten. Sogar das eigene Essen erhöht die Erfahrungspunkte des herbeigerufenen Begleiters. Plus 50.000. Nur für Begleiter. Ich gehe mal schlafen bei, alles klar, Englischen. Dann schlaf schön und träum süß. Bis später. 120. Was ist denn das? Ach so, das ist Buff Food. Das ist ja geil. Ich muss unbedingt das Kochen lernen. Ah gut, wenn ich dann... Ja. Hätte ich halt für das Questen gebraucht die ganze Zeit. Jetzt bin ich eh schon bald 43 nach 7 Level. Da mal schauen. Das ist egal. Höht die Stärke. Wenn man stirbt, bleibt es aktiv oder ist es dann weg? Für 3 Gold überlege ich mir das. Das ist ein bisschen Stärke. Das ist ein bisschen mehr Power. Liegen die Mobs halt ein bisschen schneller. Spart Zeit. Also, das ist hier Gemüsebrot. Gemüsebrot. 112 Gold, 20 zu eingeladen. Ja, das ist ja schon viel. Ja, holen wir mal 20. Tun wie aus. Dann Gemüse, Suppe. Okay. Boah, das ist ja noch teurer. Naja, kauf mal kurz. Fertig. Und dann das andere Food, das war... Mal schauen hier. Das war dieser komische... Fleischbärchen, hol ich mir auch. Passt. Schön, okay. Oh, hier. Da. Passt, packt man es ein. Dann können wir uns wieder auf die Abenteuerreise machen. Bisschen gestärkt. Und ich muss auch schauen, ich habe ein paar Sockelsteine hier. Die kann ich einfach reinklatschen. Ich weiß nicht, ob man die ersetzen kann mit anderen. Aber ich habe eh noch Level Equip. Von daher ist alles halb so wild. In die Waffe kann ich ja... Nein, achso, nee. Moment. Wieder anlegen, Alter. In die Waffe kann ich ja... Wie viel habe ich hier? 5? Ja, und ich habe... Auf jeden Fall muss ich stärker, weil ich stärker rein tun. Stärke hier ganz normal. Erhöht Nahkampf 0,2 pro Punkt. Erhöht Parierrate. Erhöht Nahkampf Präzision. Und Nahkampf-Fernkampf Block. Finde ich super. Als Tank und als DPSler. Intelligenz erhöht Mana. Magie Präzision. Also Trefferwertung erhöht das. Alles okay. Mana selbst und Trefferwertung für Magie. Und das ist Nahkampf-Trefferwertung. Agilität erhöht Fernkampf Präzision. Achso, das ist Fernkampf. Okay. Ah, ich verstehe. Nahkampf, Magie, Fernkampf. Also ja, Magie ist ja auch Fernkampf, aber ist ja hier Archer zum Beispiel das gemeint. Spiritualität erhöht die Magie, Abwehr und Heilkraft pro Punkt. Und erhöht die Gesundheit slash Mana Regeneration. Und erhöht Gesamt Präzision. Nochmal. Ausdauer ist eh klar. Es hat Leben. Was habe ich in der Sockelstein? Ich habe Ausdauer. Ich habe Stärke. Also Stärke brauche ich unbedingt. Spiritualität erhöht Abwehr. Gesamt Präzision. Okay. Agilität war für... Brauche ich eigentlich... Fernkampf. Brauche ich eigentlich gar nichts. Doch hier, Nahkampf slash. Ausweichen. Nahkampf. Crit. Ah, Agies Crit. Okay, so. Ist ja... Also ist... Agies... Crit ist immer gut, wa? Int. Ja, nicht unbedingt. Also dann hauen wir drauf. Stärke. Agi. Würde ich sagen. Für Crit. Ich habe aber nicht wirklich viel. Agi plus 1. Agi plus 2. Haben wir mal die Besseren drauf erstmal. Wie macht man das mit den Waffen? Kann man einfach reinschieben das. Angültiger Platz. Rechte Maustaste? Nee. Oh. Anlegen. Mit Shift? Nee, auch nicht. Grafischer Dagner. Servus. Grüezi bei Gags. Hey, Swordkiller12. Geiler Name. Swordkiller. Swordkiller12. Nee, Flugzeuge fliegen vorbei. Hier. Irgendwie. Suchen mich. Wie sockele ich den Scheiß? Bei WW war es rechte Maustaste Shift. Und wo ist es hier? Muss ich vielleicht auf eine Werkbank oder so? Bitte sagt mir einer, wenn man weiß, wie man hier sockelt. Nur einer. Wiederverwertbar durch Magie. Erfüllt einen Ausschuss im Gegenstand der Magie. Achso, Kopf, Brust, Talie, Hände, Unterwäsche, Handgelenk. Ah, das ist vielleicht begrenzt. Moment, Moment. Ah, Kopf. Deswegen geht es vielleicht nicht. Ah, vielleicht deswegen. Stärke am Kopf. Ungültiger Platz. Nee. Wie kommt man auf diesen Sockel rein? Muss ich jetzt echt im Internet nachschauen? Bei Google. Weil ich nicht weiß, wie ich das Sockel. Hm. Na gut. Sockel und R-Gage. Ich komme mal irgendwie so blöd vor sowas zu suchen, Leute. Das ist die einfachsten Sachen. Habe ich keinen Plan, wie das funktioniert im Spiel. Die einfachsten Sachen. Echt wie die Anfänge von WW damals. Classic Zeiten. Da ist man auch überfordert gewesen. Aber das habe ich nicht im Stream gemacht. Dann habe ich meine Blödheit verstecken können. Hier geht das nicht. Warum kannst du denn... Hm. Na ja, egal. Ich habe keine Lust zu suchen. Falls es irgendjemand Bock hat, kurz nachzuschauen. Wäre es ganz cool, weil wenn ich jetzt hier das Standbild hier stehen habe und dann suche, wie ich Sockel, dann ist es nicht wirklich für euch interessant. Irgendwie wird es schon gehen. Ich gehe jetzt zurück und queste. Irgendwie wird es schon gehen, aber... Ich weiß es nicht. Das sind halt die... Das meine ich halt mit Unwohlfühlen. Die lächerlichsten Dinge, wo ich sage, ich gehe in WW rein und weiß alles. Kann da Socken, kann das machen, weiß wo ich hin, wenn ich was brauche. Hier weiß ich überhaupt nichts. So lange es so ist, dann fühle ich mich in einem Spiel fucking unwohl. Ist zwar cool, macht Spaß und zwar, aber lässt sich oft alleine bei irgendwelchem Dreck. Schon wieder geschimpft hier. Vielleicht gibt es hier... Ich schaue nochmal kurz beim Sockel, vielleicht kann ich ja hier sockeln, beim Sockel, beim Jube, oder wie das, ich weiß nicht, wie hier heißt.